Ja? Ist das so besonderer? Ne, das war der Gegner, der hier an Dorthus. Wie gut? Wer denn? Weiß nicht. Haben mich gesehen, gesehen oder? Also ich bin hauptsächlich in Deckung gegangen. Wenn ich den schon höre, wäre ich weg. Das ist das Schöne hier. Du hörst die Ulti. Der ganzen Lamp. Weg, weg, weg. Was? Warte doch. Mann. Wir müssen es halten. Nein. Vielleicht komm ich jetzt nochmal hin, dann kann ich die Ult setzen. Ah, das wird knapp. Spawn erst jetzt. Komm, schneller. Warte mich noch abgestimmt. Ich bin jetzt meine Ulti ist ready. Nein. Oh Mann, ich hab auch noch ne Ulti. Verlängerung. Komm, lauf Pferdchen. Lauf. Lauf. Wenn ich jetzt die Ulti reinsetze, dann rennen die alle raus. Nein. Raus, raus, raus. Das wär so gut gewesen, dass jetzt Pentakill werden könnte. Oh, dieser Baum. Komm. Komm. Nein, drauf. 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 Aber ich halte nicht mehr lange durch. Komm mal. Ah. Der Baum muss sterben. Wie geil ist das denn? Der Baum muss sterben. Wie geil ist das denn? Oh Gott. Oh Gott. Ich muss sagen, das war ein guter Pist. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Er hat auch Play of the Game verdient. Verdient. Eindeutig. Level 8. Verdient. Nice. Ja. Das war... Das war... Zusammenspiel. Das war... Das war's.